In der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau International suchte Obstbäuerin Ulrike nach der großen Liebe. Einst wanderte sie mit ihrem damaligen Mann nach Brasilien aus. 2020 musste sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn ihr Partner erkrankte an Krebs und verstarb anderthalb Jahre später. In der RTL-Show suchte sie einen Mann, der bodenständig, anständig und vernünftig sein sollte. Kandidat Heiko erfüllte ihre Vorstellungen. Nachdem Ulrike zunächst noch mit einem Gefühlschaos zu kämpfen hatte, wurden die beiden tatsächlich ein Paar. Es folgte sogar ein Liebestattoo für ihren neuen Freund. In Südamerika wollen sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Dafür muss Heiko allerdings seine Heimat Bayern verlassen. Bevor er dauerhaft zu ihr kommen kann, müssten noch viele Probleme gelöst werden, gab Ulrike vor einiger Zeit zu bedenken. Jetzt hatte die RTL-Kandidatin positive Nachrichten zu verkünden. Bauer sucht Frau Stahl Ulrike kann Heiko wieder in die Arme schließen. Die vergangenen Monate zeigte Ulrike immer wieder auf Social Media, dass sie mit der Fernbeziehung zu kämpfen hat. Im Sommer verbrachten sie einen gemeinsamen Urlaub in Deutschland und teilten Eindrücke von ihrer Zeit in Schwerin oder am Bodensee. Ende Juli trennten sie sich wieder temporär. Die Bauer sucht Frau Kandidatin flog zurück in ihre Wahlheimat. Nun zeigten sich Ulrike und Heiko in Brasilien wieder vereint. Auf einem Bild von ihrem Instagram-Profil umarmen sich die beiden und strahlen. Dazu schrieb die 57-Jährige, Mit der Anreise hat alles gut geklappt. Nun kann unser Alltag hier beginnen. Viele Menschen aus ihrer Community freuten sich für das Paar. Es ist so schön und ich wünsche euch alles Glück der Welt, schrieb eine Followern. Ich freue mich so sehr für euch, meinte jemand anderes. Zudem schrieb ein User, Ihr seid so ein tolles Paar, für euch eine traumhafte Zeit. In den vergangenen Wochen nahm Ulrike ihre Fans dabei mit, welche Vorbereitungen für Heikos Ankunft getroffen werden mussten. RTL-Stars Ulrike und Heiko können bürokratische Hürden überwinden. So schrieb Ulrike Ende August, Die erste große Hürde ist genommen. Heiko hat heute seine brasilianische Steuernummer bekommen. Nun geht es weiter Richtung Visum. Sie bedankte sich im Zuge dessen beim brasilianischen Konsulat in München. Ulrike betonte, glücklich zu sein und sich auf die Zukunft mit Heiko zu freuen. Vor wenigen Tagen schrieb sie, Wir sind so happy. Die Dokumente sind da und am Samstag kann ich endlich mein Herzblatt wieder in die Arme schließen. Zudem merkte sie in einem weiteren Beitrag an, Heikos Familie freut sich für uns, wünscht uns viel Glück und drückt die Daumen, dass wir es auch ja nicht versauen. Zudem merkte,